105.5 Spree-Radio. Berliner Rekorde. In dieser Woche suchen wir den Berliner oder die Berlinerin mit der weitesten Fernbeziehung. Das ist die aktuelle Rekordhalterin. Hier ist Petra. Meine Tochter Gloria ist mit Roche zusammen. Und die beiden trennen 12.517 Kilometer. Denn Roche wohnt in Santiago de Chile. Und was soll ich sagen, aus der Beziehung ist ein Kind entstanden, sodass ich jetzt also schon Oma bin. Und da wurde dann unser Kilian geboren.